Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Ich habe hier oben mal 20 Bäume gefällt, man sieht es gar nicht, man sieht es ja gar nicht hier. In dem Bereich so, dass wir da das Holz liegen haben. Da sieht langsam ein bisschen prach alles aus, aber gut, wir werden auch Gebäude bauen müssen noch, früher oder später. Weil ich habe beschlossen, ich gehe lieber nochmal nach Hause, ich habe keine Pfeile mehr. Und ohne Pfeile ist natürlich alles ein bisschen doof, weil, ne, kommen wir nicht weit. Deswegen, wenn wir jetzt mal ein paar Steinpfeile noch machen, ich habe ja Material, 30 Stück. Das kann ja erstmal reichen. Dankeschön. Jetzt haben wir 31 Steinpfeile. Sollen wir mehr machen? Brauchen wir noch mehr Steine? Ich meine, wir müssen ein paar Viecher jagen. Und ne, dann müsste man nicht so ganz drauf achten, dass die uns erhalten bleiben, sag ich jetzt mal. Das ist noch ein großer Stein. Ich glaube, unsere Tiere brauchen Futter. Das sieht hart danach aus. Aber ich weiß noch nicht, wo man oder wie man Futter herstellt. So, komm, machen wir nochmal 20 Pfeile. 50 Pfeile und nicht, also mit 50 Pfeilen sollte man ja eigentlich in der Lage sein, ne? Mal zu ballern. Also, ne? Pfeile. Und mir fehlen Federn. Ja, hätte ich mal nicht 160 Federn verkauft. Hallo. Ja gut, dass wir noch Federn haben. Und tschüss. Vibe. So. Ich nehme mal an, wenn ich jetzt gesoffen habe in der Kneipe, das können wir ja morgen mal anstreben, dass wir dann, dass dann unser Kind auf die Welt kommt. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das wäre so, ne? Nächster Schritt, sich besaufen, weil man Jungen bekommt. Letzter Schritt. Kind ist auf der Welt. Ich würde jetzt kurz duschen und kurz was trinken, weil ich bin kurz vorm Verdursten. Deswegen machen wir das mal kurz, damit das kurz hier nicht das Ende unseres Lebens bedeutet. Trinken. Dankeschön. Was soll ich denn zum Snacken einstecken? Bisschen Salz für ich. Das ist immer gut. Leinen garen. Das heißt, wir können natürlich auch wieder ein paar Fischbäre machen. Das sollte man mal tun. Und dann sollte man dringend schlafen, um vielleicht ein bisschen Leben zumindest wieder zu bekommen. Ich bin auch beim Bäumefällen zwei, dreimal gestorben. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ich bin zwar ein krasser Baumfäller, aber mit dem bisschen Leben. Ungesund. Richtig ungesund. Richtig dunkel. Ich habe so das Gefühl, mit der Fackel sieht man halt noch weniger als Holzstamm und Steine. Ich habe zwei Leinengarn, also brauche ich auch zwei Steine und zwei Holzgarn. So, ist es schneller jetzt hier einen Baum zu fällen? Ja, ich glaube schon. So, wir fällen hier kurz den Baum. Bevor ich da rüber laufe. Dann müssen wir mal gucken, was die Schweine für ein Problem haben. Was sieht hart danach aus, als hätten sie kein Futter. Und das wäre das das Problem. Wollen die Schweine auch noch was essen? Die Schweine, ey. So, zwei Steine. Ich habe Steine und ich habe Schweine. Steinwerkzeuge habe ich auch und zwar zwei Fischsperre. Im dunklen Kämmerlein stehe ich und schnitze Fischsperre. Ja, ist ja gut gemacht, junger Mann hier. So, weiter geht's. Dann tun wir die nämlich mal hier in seine Truhe rein. Der hat nämlich schon wieder keiner mehr. Und der soll sich ja nicht langweilen. So, was haben unsere Wuzzis denn? Was fehlt den Wuzzis? Er hat Futter, gut. Er ist Tierzüchter, hat keinen Lehrling. Wo könnte denn Tierfutter tendenziell hergestellt werden? Der Dobrutsch. Wirst du nicht mit mir sprechen? Hat deine Frau dich nach draußen verbannt? Okay. Gehen wir erstmal hier zwischen den Häusern lang. Ganz creepy. Das hält auch keiner Wache. Das ist nicht gut. Nichts gut, dieses nicht Wache. Ähm, Wissen. Tierhaltung. In allen Stellen, in denen Tiere untergebracht sind, wird Dung produziert. Aus dem Dünger für deine Fälle hergestellt werden kann. Okay, also die Arbeiter machen das automatisch, äh, liefern das ab tatsächlich. Und die Schweine produzieren am meisten Dung. Aber gut, die meinen auch nichts anderes. Werkbank in der Scheune wird Tierfutter hergestellt. Okay, da ist unsere Scheune. Gucken wir mal, was das Tierfutter braucht. Dünger, Tonbewurf, Tierfutter. Haferkorn, Roggenkorn und Stroh. Oh Leute. Hm, Mohnsamen. Ähm. Verdorben ist oder Dung? Also, wir brauchen Stroh vor allem, Haferkorn und Roggenkorn. Wie ich sagen, wir schlafen jetzt erstmal ein Nächtchen drüber. Und dann gucken wir mal, ob wir Hafer besorgen können und ob wir Roggen besorgen können. Ist ja eigentlich möglich sein. Vielleicht sollten wir vorher noch eine Runde Fleisch braten. So, verwenden. Fleisch braten. Gönnung. Schatz, warum reicht das Sauna verbrannt im Fleisch? Wurde ich braten. Bisschen was an. So, zwei Kilo. Zwei Kilo feinstes Wildfleisch. So. Schlafen. Gute Nacht. Boom, da knallt die Sonne wieder ordentlich rein. Ganz ehrlich. Ein bisschen hell ist das schon. Ja. Gut. Gehen wir mal gucken. Er hat doch... Er hat schon wieder Hunger. Gut. Kleines Frühstück. Nam 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 nam. Nam. Ja, vegan ist was anderes, würde ich mal sagen. Aber wir brauchen Hafer und Roggen war es, ne? Hoffen wir es einfach mal. Hoffen wir es einfach mal. Ich habe es mir nämlich nicht gemerkt. Und dann können wir uns besaufen. Alleine. Chillt der im Feuer? Unser Seed Dealer. Ey, Edwin, dreh dich jetzt nicht um. Ich bin's. Ja, ganz gut, aber ich brauche Seeds. Oh, der hat doch ordentlich Dünger. Plax Hafer, Hafer Korn. Moment, Hafer kostet genauso viel wie Hafer Korn. Ja, easy Entscheidung. Ähm. Gerotte, Kohle, Lein, Mohn, Mohn, Samen, Roggen. Gleiches Problem beim Roggen. Ja, komm. Nehmen wir auch mit. Können wir ja verarbeiten. Jo, danke. Hau sie rein. Grüße gehen raus. Was schön ist, ne? Aus dem Hafer. Können wir jetzt sowohl Hafer, Korn machen, also ne? Es lohnt sich. Wir kriegen einfach mehr raus. Sind wir mal. Sind wir mal realistisch. Alles andere wäre halt dumm. So. Äh, da müssen wir hin. Roggen Korn. So, stelle er es her. So. Hafer Korn. Winter Korn. Gute Apfel Korn. So, haben wir gemacht. Sehr schön. Jetzt haben wir Stroh und wir haben Hafer und wir haben alles, was der Mensch begehrt. Oh, die Bettdecke könnte ich ja mal einer Angebeteten schenken. Wenn ich wieder faul irgendwo rumsaufen wird. Äh, laufen wird. Hier ist unbesät. Wir haben Herbst, glaube ich. Kann das sein? Ah, im Frühling. Wann gibt's Roggen Korn? Roggen wird im Herbst gepflanzt. Genau das wollte ich doch hören. Oh, wir brauchen auch, äh, ein paar, ein paar Hacken. Stöcke habe ich einstecken. Ja, und Stämme haben wir ein paar hier rumliegen. Und würde ich sagen, wir kümmern uns darum, dass hier wieder Material aufgestockt wird. Ein Holzsturm. Dankeschön. So. Kommen wir mal zehn Stück oder so. Soll sich ja lohnen. Die sollen ja ein bisschen Material da haben. Soll ja nicht so sein, als würde man sich hier nicht um die kümmern. So. Du trägst zu viel. Machen wir elf. Komm, spiel. Was hast du jetzt davon? Ich will ja auch noch eine haben. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch eine habe oder nicht. Dann können wir noch am Lager vorbeilaufen und gucken, ob wir da noch Dung haben schon. Und dann können wir direkt neuen Dünger herstellen. Soll sich ja lohnen. Hier im Matsch können die spielen. Er ist direkt hier beschwert. Ich habe kein Material. Ich kann nichts herstellen. Na, Baby. So nicht. Dung. Neun Stück. Die sollen doch zehn am Tag produzieren. Ich bin enttäuscht. Maßlos enttäuscht. So. Wer weint denn jetzt alles schon wieder? Ja, die braucht was braucht die. Keinen Dünger. Also sie braucht Dünger. So rum. Keine Angst, Jungs und Mädels. Ich bin am Start. Ich stelle das Material. Ich mache das. Wir haben hier nicht wirklich irgendwas. Außer Tonnenweißen Stroh. Ich glaube immer noch, das verdirbt nicht. Ein bisschen Dünger können wir machen. Den Rest müssen wir glaube ich käuflich erwerben. So. Ja komm. Geh mal durch. Jetzt sagen wir stellen hier einmal. Zehn her. Zehn Tierfutter. Haben wir ein paar Tage Ruhe. Können wir ein bisschen was einpflanzen. Und ne. Sehe ich jetzt den drin. So. Sehr schön. Kommt die Boxerstellung. Ja. Da hauen wir den erstmal auf den Bobbes. Guck mal. Gibt es erstmal elf gesunde Hacken. Und. Dann schnappe ich mir mal so ein Säckchen. Und das Säckchen packen wir dann auch direkt mal hier irgendwo hin. Wir roggen. Guck mal. Wo ist jetzt mein Säckchen schon wieder? Ich finde das ein bisschen schade, wenn man die einmal zugewiesen hat, dass das nicht da bleibt. Gut. Roggenkorn. So. Das pflanzen wir mal schön ein. Soll ja niemand denken wir pflanzen irgendwas anderes ein. Wo der ganze Weizen kann ja auch eingesäht werden. Aber es macht halt wieder hier keiner. Weil die keinen Dünger haben. Einfach weitermachen. Einfach sehen. Musst hier nicht anhalten. Das ist einfach nur alles einpflanzen. Vielleicht denke ich auch zu groß ne. Vielleicht müssen wir denen hier kleinere Felder geben. Und jeder kriegt so ein Feld was er bewirtschaften muss. Ich meine aktuell. Wir haben keinen Dünger. Mi mi mi. Schicke Klamotten. Mal direkt mal abziehen. Guck mal hier kriegst Dünger. Vier Dünger habt ihr. Mehr will ich jetzt aber nicht mehr hören. Wollen wir wahrscheinlich noch mehr Dünger haben. Also wenn die Schweine Zähne am Tag produzieren. Da kommen wir bei weitem nicht hin. Wir brauchen mehr Tiere. Ist einfach die einzige Möglichkeit. Weiß auch nicht was wir sonst ne. Irgendwie großartig herstellen könnten. Was uns Dung technisch voran bringt. Ich weiß nicht ob wenn wir jetzt so Sachen wie Pilze oder so sammeln. Und bei uns in den Komposthaufen schmeißen. Ob das verdorbenes Essen dann natürlich auch macht. Mal Blaubeeren zum Beispiel. Also hier Bären. Das dürfte ja schnell gehen. Aber gut ne. 200 Stück sind halt nur 20 Dünger. Bei den Bären kriegt man ja schnell viele. So ist es nett. Aber trotzdem. Hallo Riesenschwein. Na ihr beiden Wuzzis. Ja. Guck mal. Ich hab doch Futter dabei. Muss hier mal irgendwie. Einen Sack. Da können wir das Tierfutter doch mal reintun. War das jetzt alles an Tierfutter? Oder? Ja gut. Das äh. Guten Appetit würde ich mal sagen. Stimmst du nicht mehr? Warst du beschäftigt dich im Moment? Das Tal ist eine günstige Gelegenheit für mich. Je mehr du arbeitest. Desto mehr hast du. Desto besser ist dein Leben. Du musst nur eine passende Beschäftigung finden. Und dich von deinem Erde ist leiten lassen. Bin sehr gut darin Leute zu überzeugen. Das gilt besonders wenn ich etwas habe das sie unbedingt haben wollen. Und wenn beide Seiten von einem Geschäft profitieren können. Ja klingt jetzt nicht so. Das heißt du besonders gut darin Leute zu überzeugen. Ich meine beide Seiten profitieren. Ich meine da muss ja keiner mehr überzeugen. Ich habe was was du haben willst. Und ich mache dir einen guten Preis. Und du willst das für einen guten Preis haben. Oh mein Gott. Das macht ja nur Sinn dann. Auf komm. Ja das letzte. Ist halt auch unbesät. Da sind drei Leute stehen da rum und fegen. Und der eine hackt hier ein bisschen Dünger. Haben wir nicht tonnenweise Weizenkorn was eingepflanzt werden könnte. Also jetzt mal ehrlich. Weizenkorn. Frühling oder Herbst. Und wir haben Herbst. Zwiebeln. Frühling. Okay. Leinsamen. Frühling. Okay. Okay. Kann ich akzeptieren. Aber Freunde. Also ne. Das Weizenkorn. Das Weizenkorn. Wenn wir das jetzt hier und hier einmal reinpflanzen. Akzeptieren die das dann und machen das dann auch oder. Denken die sich weiter wir starren mal die Kiste an. Weil wir sind. Adam chillen. Das Stroh stopfe ich auch mal hier rein. Brauch mal zum Häuser bauen. Müssen wir nicht pflücken gehen. Einfaches Säckchen brauche ich ja dann nicht. Macht ihr jetzt was? Oder chillt ihr weiter hart? Ich glaube ich muss den echt erst Dünger holen. Okay. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 14 28. Dann haben wir hier noch 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11. Also haben wir 39 Dünger die wir brauchen. Damit die hier alles düngen können. Damit die glücklich sind. Eieiei. Vielleicht sehen sie dann ja auch was aus. Also. Wir gehen jetzt ein bisschen Dünger kaufen. Und dann besaufen wir uns. Kommt ja keiner klar hier mit so voll Idioten. Bin ja froh dass meine Frau da hier gleich schwanger ist. Und demnächst ein Kind auf die Welt bringt. Und dementsprechend einer weniger unfähig darum arbeitet. Hallo. Ja hoffe ich doch. Ich brauche nämlich 39 Dünger. Habe ich 39 gesagt? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Auf einen guten Tag. Ja dankeschön. Mit Scheiße kann man echt Geld verdienen. Scheiße Gold machen. Was geht ab? Eine Flasche deines besten Jahrgangs. Ich habe gerade erfahren dass ich einen Jungen bekomme. Na wenn es so ist. Der Erste geht aus Haus. Ich stoße sogar gleich mit an. Prost. Und dann hob er das ganze Fass hoch und zerschmettete das an der Wand. Wenn du genau hinsiehst kannst du die Stelle immer noch erkennen. Ich war völlig verblüfft. Aber ich habe es geschafft da weiter zu machen wo er aufgehört hat. So kam es dann dazu dass die Schenke am Ende mir gehörte. Wie es scheint kann man einem Mann vieles an den Kopf werfen. Aber niemals sein Ail beleidigen. So ist es wirklich. Die Braukunst ist immer mit ehrlichem Stolz verbunden. Letzte Woche hat erst ein Kunde behauptet ich hätte alten Hopfen für die letzte Fuhre verwendet. Ich erinnere mich nicht einmal daran dass ich zugeschlagen habe. Hätte seine Schläfe nicht geblutet. Hätte ich nicht gewusst was passiert ist. Nur das und die Tatsache dass ich an einen Stuhl über den Kopf hielt. Um nochmal zuzuschlagen. Natürlich. Noch einen. Klar. Und das ist der Grund warum ich nie geheiratet habe. Sicher. Er fehlt mir manchmal. Aber mein Herz ist besser sicher weggesperrt als dass es wieder gebrochen wird. Und du? Die Dame deines Hauses behandelt dich gut? Bist du gar nicht nervös jetzt Vater zu werden? Ich habe entsetzliche Angst. Nein gar nicht. Was sollte mich nervös machen. Du sagst ihm was. Du zeigst ihm was. Er macht sich in die Hosen. Und dann macht er irgendwann Geld. Das ist die perfekte Darstellung dessen was Vaterschaft bedeutet. Bist du Dichter? Ich denke du solltest Dichter sein. Oder mindestens Dichter. Verdammt. Hilf. Mit einem solchen Talent könntest du sogar Dichter werden. Merk dir meine Worte. Durstig wie ein Fisch. Dann fügst du die gebratene Leber mit Zwiebeln hinzu. Und fertig. Glaub mir. Das ist der verdammte beste Apfelkuchen den du je gegessen hast. In der Küche kenne ich mich aus. Glaub mir. Tür. Fenster. Boden. Ich weiß genau was wo ist. Und du? Womit verdienst du dein Geld über? Ich bin Anführer. Ich führe an. Verstehst du? Ich verwalte. Delegiere. Weise. Zuordne. Einordne. Ab. Also nichts im Grunde. Steinmesser vor allem. Ich habe phänomenale Fiolenphase. Aber die ist vorbei. Flasche ist auch immer gut. Aber ich bin einfach ein Steinmesser man. Oh Gott. Ich müsste lügen wenn ich behaupte dass ich dir gerade zugehört habe. Und ich bin kein Lügen. Also schütte es uns lieber nach. Immer ja damit. Zeit. Ich weiß. Ich weiß. Sie ist vielleicht gar nicht real. Aber wenn es erlaubt ist für Geister Geist mein zu sein. Dann will ich mich mehr in diese Welt legen. Verdammte Webgeistin. Als ob eine Barfrau so besoffen sein wird. Habe ich dir hierher erzählt? Das ist Fahre Werder. Oh Mann. Ich weiß nicht über mich. Ich weiß nicht über den Kriegswunsch. Die und deinen Betrauber in mir Mann. Trinkst gut. Mit mir zu freuen. Hörst du? Mein bester Freund. Ich bin 100% betrunken. Ach schief mit kam gerade. Frau ist ein bisschen warm. ... ... ... ... ... ... Ein Schritt vor und drei zurück. Ich muss den Dung abliefern. Zu meinen fähigen Arbeitern. Ich renne. Kann ich? Ich bin nicht ins kalte Wasser springen. Bin ich nicht mehr so betrunken bestimmt. Ich brauche einen Bart. alkoholkammer abwaschen ich habe eingebringt aber jetzt geben wir tun abliefern da vorne da ist die scheune oder das ist daneben sind zwei scheuen wo kommt die zwei scheiße ich muss langsam laufen nach vorne immer nach vorne haben wir ja ich hab gedüngt da steht ein gebäude da kommen wir dann vorbei geradeaus und da bin ich ihr braucht den kriegt so ist jetzt können ja aber ich bin auch am arbeiten ja ja erst mal den komposthaufen gereiert den pilz sammeln und dann rein damit aber gut an der stelle würde ich mal sagen vielen dank fürs zu sehen wenn es dir gefallen hat lassen like da gerne auch ein abo fragen wünsche anregungen wie immer in die kommentare ich nüchter jetzt mal ein bisschen aus er geht arbeiten sehr schön ja morgen macht es noch geht es weiter bleibt gesund hau rein und bye bye und so Untertitelung des ZDF, 2020